Der geheimnisvolle Duelan. Für uns heute auch geheimnisvoll, denn wir wissen selber nicht, wer es gespielt hat. Mein Bruder hat den auch nicht gespielt. Wir sind mal gespannt, wer ist denn das? Trotz Sieg über Pegasus im Duelist-Kinder-Turnier bemerkte Yugi, dass der Geist im Millennium-Puzzle über seine ungewisse Zukunft besorgt war. Das Millennium-Puzzle verbindet uns, Yugi, und ich spüre, dass das Schicksal mehr für uns hat. Und wir zusammen, da drin, egal was. Gut, ich wünsche, ich wünsche, wüsste mehr, aber meine Zukunft ist mir noch immer unklar. Ich werde dir helfen, es herauszufinden. Später an diesem Tag stießen Yugi und Thea auf einen Wahrsager, der Yugi anbot, seine Zukunft zu sagen. Yugi begrüße diese Gelegenheit. Was machst du da, Yugi? Thea, vielleicht kann der Wahrsager mir helfen, herauszufinden, über das Schicksal des Geistes in Brüssel. Der Wahrsager bat für einen persönlichen Gegenstand, den er benutzen konnte, um die Zukunft zu sagen. Er deutete an, dass das Millennium-Puzzle perfekt war. Zögerte, richtete Yugi es darüber. Yugi wurde klar, dass es ein Trick war, als der Wahrsager das Millennium-Puzzle floh und eine Spur von Pfeilen hinterließ, für Yugi zu folgen. Das war eine Falle, aber Yugi hatte keine Wahl. Als Yugi den Dieb aufspürte, entdeckte er, dass der Wahrsager kein anderer war als Bandit-Kate. Aber da war er was anderes mit ihm. Etwas oder jemand sprach mit zu ihm. Was ist mit dir? Ich bin nicht Banty-Kate. Ich spreche nur durch ihn. Seit er zu meinen gedankengestellten Sklaven geworden ist. Wer bist du und was willst du mit meinem Millennium-Puzzle? Ich bekomme gerade die Macht, die dein Gegenstand erhält. Aber nach den Regeln der alten Magie muss ich es von dir in ein Duell gewinnen. Und wer ich bin, sage ich dir einfach, dass derjenige bin, der dein Schicksal steuert wird. Wie ich andere schon gesteuert habe. Und dass ich nicht unvertraut mit der Power des Millennium-Seggenstandes bin. Ich verstehe mehr über die verborgenen Geheimnisse, als du jemals wissen wirst. Nimm dein Millennium-Puzzle. Es hat uralte Geheimnisse in sich begraben, von denen du und sogar der Geist, der da drinnen lebt, nicht wissen. Das ist, warum es zu meiner Sammlung Kind zugefügt wäre. Das Millennium-Puzzle war aus seiner Reichweite, als Yugi streckte seine Gedanken aus und versuchte sich mit dem Geist im Puzzle zu verbinden. Ich kann dich kaum hören, Yugi. Unsere Bindung ist schwach. Ich fürchte, ich werde dich nicht in der Lage sein, in diesem Kampf zu helfen. Du musst ihn allein bekämpfen. Allein? Aber ich habe noch nie allein und nicht bekannt. Du kannst ihn besiegen. Vertraue dir und dein Deck einfach und du wirst den Weg finden. Bereite dich vor, dein kostbares Puzzle zu verlieren. Glaube ich nicht. Erinnere dich, Yugi. Ich habe deine Zukunft gesehen und dir dein Schicksal vorher ausgesagt. Das wird das Duell. Und das Duell wird dein letztes. Es ist Zeit für ein Duell. Alter, 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 alter. Okay. Also wir können schon mal nichts sehen. Die Karte ist nice. Wir setzen die jetzt einfach mal. und beenden uns den Zug. Wir können einfach nichts machen. Nice. Oh, Maschinen rum. 2100. Ah, tut das weh. Wir können jedenfalls hier schon mal setzen. Das war's. Mehr können wir nicht. Oh ja, Junge. Dann kann ich ja gleich was machen. Kann ich ja... Warum bin ich überhaupt... Darf ich überhaupt gegen den... So, okay. Die magischen Hüte sind gelegt und wir beenden uns den Zug. Wir können einfach wieder nichts machen. Es ist sowas von schrecklich, wenn man einfach nichts machen kann. Ich bin fertig. Ich bin verloren. Oh, gut. Schön, schön, schön. Oh, wir haben so schöne Korrelten. Das freut mich jetzt langsam mal. Und wir beenden uns den Zug. Oh ja, wieder... Oh ja, ja, schön. Wie viel hast du denn jetzt... Nein, ich will's nicht. Und dann kann ich das spät aktivieren. Geil. Zweimal Gaia. Wir beenden uns den Zug. Merk, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich bin verloren. Er wird die Karte jetzt... Er wird die Karte jetzt opfern. Das sehe ich doch jetzt schon. Er zahlt 4000. Und die Karte ist... Annelia. Dafür 4000 hinzulegen, das ist ja Respekt. Wollen wir mal seine Karten zerstören. Dann hat er nämlich erstmal keine Deckung mehr. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich eine Karte ziehe, die ich setze... Ich kann keine Karte... Alter! Ich war... Ich hab fucking starke Monster auf... Auf der Hand. Aber ich kann nichts... Warum greift er mich nicht an? Alter! Was soll das Ganze hier? Oh! 2000... So, Leute. Ich spiel als zweites diesmal. Geil! Jetzt kommt die Karte. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, komm. Effekt aktivieren. Wir können ja bloß Gaia holen. Was anderes hätte ich nicht machen können. Ja, wir können sie noch hier setzen. Die Karte setzen. Dann machen wir schon mal drei Karten in eine Runde und gehen in die Battle Phase und können ihn angreifen. Das ist schon mal... Er hier. Gott. Ben. Ich glaube, jetzt ist mal das Glück auf unserer Seite. Das Glück ist jetzt wirklich auf unserer Seite. Nachdem wir zweimal unser Millennium-Puzzle verloren haben. Oh, jetzt hat er jedenfalls ein bisschen mehr Scham bekommen. Uns fehlt auch nicht mal viel. Wir brauchen nur noch knappe 600.000... Naja, 500.000. Knappe 600.000. Dann haben wir auch dieses Ziel erreicht, was hier von... Dings ist. Von Steam aus. So, 3000. Müsste eigentlich, glaube ich, reichen. Ach, wir können ihn noch setzen. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Battle Phase. Als Yugi gegen Bennett Kay kämpfte, der böse Bakura fand seinen Weg zum Duell, dem er seinen Millenniums-Ring benutzte und die Energie des Millenniums-Puzzles zu finden. Faszinierend, es scheint, die Schattenmagie-Energie, die ich erkenne, sind in Yugi's Gegner. Bennett Kay ist nur eine Marionette unter der Kontrolle von einem bösen Meister. Bakuda befreit er heimlich Bennett Kay aus der Gedankenkontrolle, sodass Bennett Kay ist Kontrolleur, sich fragte, was passiert war. Was ist passiert? Mein Millennium-Zauber über Kay wurde gebrochen. Aber wie? Nur die M8 eines Millenniums-Gegenstandes kann so eine starke Verbindung trennen. Oh, wo bin ich? Ja, Kartenpreis. Ja, okay, schön. Wir kriegen jetzt echt nice Karten. Nächstes Mal sehen wir Battle City Begins. Dann müssen wir nichts mehr sagen, dass ich mein Wort. Ciao, ciao.